Wieso ist denn mein Mikro aus? Akku, Alter. Hoi. Haben wir es nicht geladen? Hoi. Ist gar nicht mal so zart. Ne? Boah, ist das schlecht, Alter. Ja? Howdy, Partner. Heute gibt es ein richtig leckeres Cowboy-Steak. Und zwar machen wir das aber nicht auf dem Grill, sondern direkt hier über unsere Holzkohle in einer richtig leckeren Gusseisenpfanne. Also die Pfanne ist nicht lecker, aber der Inhalt wird lecker. Das kann ich euch versprechen. Welche Zutaten wir dafür brauchen, die zeige ich dir jetzt. Wir brauchen heute zwei Pfannen, weil wir machen einmal eine Butter und einmal ein richtig geiles Steak. Und an Gewürzen brauchen wir jetzt hier Paprika, Thymian, Chayenne-Pfeffer, Pfeffer, Salz und, nein, das ist kein Baby-Chiss, Chiss, kein Baby-Chiss, sondern Dijon-Senf. Dann brauchen wir ein bisschen Butter. Ein richtig geiles Steak. Haben wir jetzt hier ein schönes Entrecot. Dann brauchen wir eine zähsten Reibe für unsere Zitrone. Brauchen wir zähste und den Saft. Dann haben wir jetzt hier eine schöne frische Chilischote, zwei große Knoblauchzehen oder vier kleine. Dann brauchen wir zwei Esslöffel Petersilie und zwei Esslöffel Schnittlauch. Aber wir müssen als allererstes unser Steak machen. Also haben wir jetzt hier einen schönen Guss an der Pfanne und die tun wir jetzt hier direkt auf unsere heißen Kohlen. Da ist noch, sollte noch genug Hitze da sein. Und die stellen wir jetzt allererstes da mal rauf, damit die schön heiß werden kann. Und dann müssen wir unser Steak vorbereiten. Und zwar bei einem Rib-Ei oder bei einem Entrecot ist es ja so, dass es im Prinzip, wenn es scharf angegrillt wird, es schon mal sein kann, durch die Fetteinlagerungen, die da drin sind, dass das Steak dann irgendwann mal auseinanderfällt. Das wollen wir natürlich nicht. Und es soll das Ganze noch mal in der Pfanne reinpassen. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach so ein bisschen Küchengarn und dann binden wir uns das schöne Stückchen hier so zusammen. Jetzt machen wir uns mal gucken, von der Länge her, wie viel wir da brauchen. Machen wir uns da ein kleines Geschenkbändchen rum, würde ich sagen. Also nimmst du einfach ein bisschen Küchengarn, binden wir unser Steak so zusammen, damit es nicht auseinanderfallen kann. Einfach so einen schönen, stinknormalen Hausfrauenknoten rein. Jetzt geht es nur maximal bis zum Ende vom Dings, vom Garn und weiter geht es nicht auseinander und so soll es bleiben. Und so legen wir das jetzt in unsere heißen Pfanne rein. Schön. So, und das darf jetzt von beiden Seiten richtig schön kross anbraten und dann ziehen wir das noch schön gar auf eine Temperatur von wir wollen es ganz gern irgendwas zwischen 54, 56 Grad. hat einigen wir uns heute auf 55 Grad für uns ideal. Für dich natürlich musst du es am besten auswählen, welche Kerntemperatur du gerne möchtest. Jetzt haben wir ungefähr so drei, vier Minuten gewartet. Gucken wir mal, ob wir unser Steak drehen können. Oh ja, guck mal. Guck mal. Schön. Ja, so ungefähr soll es aussehen. Das machen wir jetzt von der anderen Seite genauso. So schön kross und dann ziehen wir es so ein bisschen indirekt machen wir uns ein schönes Glutnest und dann ziehen wir das auf unsere Kerntemperatur so wie wir es haben wollen. Sieht so ist denn mein Mikro aus? Okay, ihr hört es schon richtig schön brutzeln. Jetzt haben wir uns hier quasi unser Steak ein bisschen beiseite gezogen, dass sie eine ganze Kraft hier stark kippt hat, bevor es verbrennt. Und jetzt haben wir hier unsere kleinere Pfanne. Die stellen wir jetzt quasi genauso auf den Kohl und jetzt machen wir unsere Cowboy-Butter. Und dafür muss unsere Pfanne ein bisschen heiß werden und dann haben wir jetzt hier einfach eine Butter. Ja, ganz normaler handelsübliche Butter haben wir es ein bisschen weich einlassen schon. Es ist ein bisschen einfacher, dass wir die dann schön schmelzen lassen können. Und zwar nimmst du hierfür sechs Esslöffel Butter, die kommt in die Pfanne rein. Unser Butter ist jetzt geschmolzen, so ungefähr, so es aussieht und jetzt kommen unsere ganzen Zutaten dazu und zwar einen Teelöffel Dijon-Sent, etwas Salz, Pfeffer, Karienne-Pfeffer, Thymian alles. Das ganze Rezept, wenn du es nachmachen willst, steht auf mgbarbecue.de als ganz genau nochmal für dich und sogar als für die Downloadbar. Jetzt kommt noch unser Paprika mit rein, einen Teelöffel frische Chili, Außengarten, zwei große Knoblauchzehen, zwei Esslöffel Federsilie und zwei Esslöffel Schnitzlauch. Jetzt rühren wir es ganz kurz mal miteinander um. Aber um noch ein bisschen Geschmack heranzubringen, ganz wichtig, jetzt haben wir jetzt hier den Saft einer halben Zitrone, die pressen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen rein und kommt noch ein bisschen frische mit rein, ein bisschen aufpassen. Und jetzt haben wir jetzt hier unser Microplane und da werden wir jetzt noch ein bisschen Zeste reinreiben von der Bio-Limette, ganz wichtig, gewaschen und nicht gespritzt. Kommt einfach noch ein bisschen Zeste mit rein, da kommt nochmal richtig Schmack da rein. Habe ich Limette gesagt? Wir machen kein Mojito. Ich bin Farbenblend. Für mich ist das eine Milette. Eine Milette. Das ist neue Frucht. Ist das eine Zitrone Frucht oder Obst? Zitrone? Also Obst. Sie sagen Obst, aber wenn du mir schon befasst, ist Gemüse. Was Frucht oder Obst ist, ist mir verraten. Alter, ich weiß es nicht. Was ist Limette, was ist Zitrone? Schreibt mal runter. Vielleicht weiß es einer. Dann nehmen wir unsere Pfanne mit der Knoblauchbutter einfach mal runter. Cowboybutter. Cowboybutter. Gut, und dann nehmen wir unser Steak aus der Pfanne. Wir haben es gerade gemessen. Richtig gut. Komm mal. Andere Seite sieht genauso schön aus. Wie wird es aussehen? Jetzt haben wir hier unser Steakluft. Noch kurz zu ruhen. Und jetzt haben wir hier ein scharfes Messer und dann schneiden wir uns einfach mal ein paar schöne Tranchen runter. Guck dir das an. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt kommt der Manuel neben mich und dann und dann schön durch die Cowboybutter. Nicht Knoblauchbutter. So sieht es aus. Gut, haben wir 25 Millionen Bilder. Also ich. Das ist gar nicht mal so zart. Hä? Das ist gar nicht mal so zart. Ne? Oh, das ist schlecht, Alter. Ja? Wieso ist mein Mikro aus? Akku alle. Hoi. Haben wir es nicht geladen? Wer die auch? Hoi. Oh, ich möchte nicht wissen, wie lange das schon alle ist. Meine Damen und Herren, hier steht ja, ich hoffe, der Ton war alles da, soweit. Wir wissen es nicht, weil aufhema war der Ton. Irgendeiner hat vergessen, Akku zu laden. Ja, genau. Aber jetzt würde ich sagen, lass uns schnappulieren. Ja, auf jeden Fall. Guck, jetzt ziehen wir durch unser Knoblauchbutter. Nicht Knoblauch, sondern Cowboybutter. Cowboybutter. Geil. So geil. Mh. Richtig Schub. Richtig Schub. Oh, das schmeckt gut. Aber? Aber? Aber, sag's. Hat gar nicht so viel Schub, wie du gesagt hast. Du hast vorher gesagt, oh, viel Schall im Pfeffer, nee, nee, alles gut. Absolut perfekt. Wie gesagt, das ganze Rezept findest du auf mgbubbubu.de. Steht einfach alles super gut drauf. Aber, achten auf die Fleischqualität. Wir haben jetzt hier ein Steak von dem Metzger, wo wir so nie geholt haben. Sind jetzt eher nicht so begeistert. Okay, wir sind auf dem Punkt drüber, über unsere 55 Grad, wie wir es wollten. Haben wir leicht verpasst. Aber trotzdem darf das nicht so zäh sein. Also, achtet auf die Qualität. Achtet darauf, vielleicht in ein oder anderen Euro mehr auszugehen. Habt ihr auch definitiv mehr davon. Ist auch wichtig. Aber, die Kauperbutter definitiv nachmachen. Ich bin aber echt gut. Wenn euch das Video gefallen hat, da vorne steht, liken, kommentieren, abonnieren, würden wir uns mega drüber freuen. Wir danken euch für euren Support, für jedes Video, was ihr absolut so supportet, wie momentan, mittlerweile, sind wir mega begeistert, mega dankbar. Und wir hoffen, du schaltest das nächste Mal wieder ein, immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Und zwar, wenn es wieder heißt, MT BBQ. Und die Butter ist geil. Aber Steak geht gar nicht. Und es ist abale.